Was geht ab? 31. Spieltag Gladbach VfL Bochum und ich kann mich nicht erinnern, wann die Liga zuletzt zum 31. Spieltag so heiß war wie jetzt. Übrigens, wie viele von euch nicht wissen, bin ich Trainer der F-Jugend vom DSC Warner Eickel. Wir spielen in der besten Gruppe und suchen dich für unsere Mannschaft. Falls du der Herausforderung gewachsen bist, kannst du dich gerne unter der hier im Flyer stehenden E-Mail-Adresse zum Sichtungstraining anmelden. Dasselbe gilt auch für den Jahrgang 2013 und 2014, sprich E-Jugend. Und jetzt viel Spaß beim Video. So Freunde, ich bin am Stadion angekommen. Da ist Borussia Park. Sehr viele Menschen hier. Es geht los. Wichtige drei Punkte für uns Bochumer. Ich würde sagen, auf geht's Richtung Block. 5000 Bochumer sind hier. Das ist nur ein kleiner Teil von vielen. Guckt euch das an bitte. Komm an! Auf geht's! Komm! So, ich hab hier den, Bro. Was tippst du, Bruder? Start, Junge, stark, stark. Guckt euch die Fans an. Genau, das ist das, was wir brauchen. So, jetzt fängt's an. Spitzen angesagt. Auf geht's, VfL, bitte. Wichtige drei Punkte. Komm, Jungs! Komm! Ja, Mann! Auf geht's! Anstoß! Los geht's! Komm, VfL! Komm, Jungs! Kositis, Ski! Kom, Jungs! Kositis, Ski! Komm! Kositis, Ski! Komm, Jungs! Kositis, Ski! PASIS ÖYU. Das war knapp, das war knapp! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Bitte! Nein! Geht! 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 Weiter, weiter, weiter! Vorsicht! Hey, wollen die, dass sie die Herzen etwas bekommen oder was? Geht's ein! 848, oder wird es jeder weiß? Viel zu billig! 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 Was spielen wir bitte für eine Scheiße bisher? Was ist das? Nein! 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 Was ist das? Was ist das? Oh! 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 Auf geht's, 2-3-3, kämpfe und sieg in Montpell, kommt, alles verstand und vereint. Goal, Goal, auf geht's. Komm, Jimmy, bring die Flanke rein, dein Einwurf ist eine Flanke. Komm, Junge, bitte. Weiter, 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 weiter. Komm, Junge, bitte, Junge, bitte, bitte, Jimmy. Schlau, nein, Jimmy, nein, Jimmy. Was soll die Scheiße waren? Komm, Bochum, sie ist ein Dostabit. Oh, Mann, das wäre zu gut. Das wäre zu geil. Start, du start. Nein, 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 nein. Start, du start. Turn, du start. Boris Karin, du alsst! Komm Jimmy, bring mal eine geile Flanke rein. Ja! Nice! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein! Der kommt denn raus! Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein! Warum schreien? Warum raus? Ja! Ja! Komm, Gambula, bitte! Nein! Nein, Gambula! Nein! Stopp, Riebel! Stopp! Komm,ackle,ssen wir prophetажи, doch wird das Rollen obligations zulon. Komm,ackle, Applaus Ho, 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 ho! So, das war's mit dem Stadionblock. Verloren leider, ich bin hier auf dem Fahrplatz endlich angekommen und jetzt geht's weiter Richtung Bochum. Scheiße! Was soll ich sagen? Am besten sage ich gar nichts, ich zeig einfach hier den Kollegen, der ist 100% abgefuckt. Weiter geht's Jungs, und Mädchen natürlich auch, nächste Woche gegen Augsburg zu Hause und dann in Berlin. Alles geben, immer weiter, haut rein, viel Spaß noch, schönes Wochenende, tschau tschau. Wir sind die Fans, die Fans vom Vollfeld. Wir gehören zusammen und wir werden immer mehr. Bis zum nächsten Mal.